Ja, tschau. Okay. Ah. Jetzt sind die Brüder. Knüttel dir an uns. Wunderbare. Beste Teil. Knüttel dir. Ja. Danke. Ich zeige dir die Hesel. Zieh dir ein bisschen. Weg können wir. Warte mal. Mhhmm. Und wo war Wilbeck? Wo? Wo? Ich weiß nicht, ob du. Warum? Hast du es nicht gefuckt? Den gibt es nicht erreicht. Da hast du das erreicht. Ne, was du bist vorend? Ja. Vielleicht was eifersüchtig weißt du mit dem Tier, was ich hab da gemacht. Das Tier könnte ich wollen. Das Tier. Das Tier. Ja? Das Tier. Das Tier ist das Tier. Nathan als Tier. Ja. Schön zuh, ne? Ja. Pieter. Ja, weil jetzt ich mit halben bin und mein Wohntuch ganz schön will. Ja, und ich nehme da glaube ich eine halbe Pizza weg, weil ich auch nicht ganz ein Tritt. Meist du schön, dass der Jusel nicht betrunken ist? Hm? Ist das schön, dass du nicht betrunken bist? Ich bin betrunken. Ähm, ja ich wollte ihn großartig. Ich hab über New York. Na und? Betrunken. Ja und? Ja und? Du hast da vollzügig gefahren. Du hast da vollzügig gefahren. Das ist völlig genau. Ja, weil die Frauen sind betrunken. Na, die schauen und? Ich bin da schier. Das kannst du nicht ändern. Scheiße, der das Publikum braucht. Na egal. Viertelstunden, zwanzig Minuten. Weißt du, wenn das von so einer Mittelnachtskreatur-Gitul kommt? Das ist schon fast ein Kompliment. Das ist froh. Hey官, danke. Du bist dabei ... Verr prochaine kини insistent. Ich rückfòng. Garbonnera. Sag das nicht, weil du mir das weißt. Ja? Für den Tag, den wir hoffentlich verlieren. Glaubst du, dass es für dich ein Wunder gibt? Dann vergiss es. Ist alles vorbei. Aber ich glaube, ist schon fertig. Aber wir entscheiden erst später. 3 Stunden später. Nimm das mit. Sicher, lass das ein. Ja. Ja, probier. Bisschen in Aulofolie. Oh, das wird auch ein paar Geschirr. Kannst du sagen, in 4-5 Stunden noch mal aussagen. Ja. Wenn du ein bisschen draußen so ist, wie zusammenräumtest, dann schleichen wir auf. Wir schlafen hier ein. G'schlafen wird nicht. So lange ich ihn da halte, beschlafen du nicht. Ja, natürlich. Fällt ein bisschen, bisschen Bitscheibock gedanken. Gefahrlich. Danke sein. Du wirst dich niemals wieder anregen. Ja? Hallo? Na? Ja, was? Hahaha. Bis dann ist das...